Noch fünf Minuten bis zur Pause und noch immer 0 zu 0 in diesem enttäuschenden Superpokalspiel zwischen dem AC Milan und Ajax Amsterdam. Vielleicht kommt in diesen letzten fünf Minuten etwas Leben in diese Partie. Jare Mühre. Flanke von Hahn. Und das war Nesken. Gut gespielt jetzt, abseits. Das Tor von Nesken zählt nicht, wir bekommen das sicher wieder. Jawohl, abseits Position von Nesken. Aber es war zumindest bei einer Idee da und hat sich hier etwas einfallen lassen. Rivera. Ja, guter Pass von Rivera für Chiarucci. Hahn. Das war ein schwerer Fehler. Schwerer Fehler der Italiener. Und auch von Nesken nicht gut ausgenutzt. Hülshoff. Müller. Und Nesken ist noch nicht verbrennt in Situation von Kaiser. Zwei Holländer gegen vier Italiener. Kaiser faul an der Strafraumgrenze. Noch nicht im Strafraum. Paul von Schnellinger. Die Notbremse gezogen. Eine Distanz für Bied Kaiser. Aber er wird nicht schießen. Oh ja, jetzt holt er sich den Ball. 45 Minuten sind sie bereits um. Die Italiener reklamieren jetzt. Es gibt eine Verwarnung. Verwarnung für Anceletti. Wegen kritisieren. Mehr als ein direkter Schuss wird nicht drinnen sein. Jawoll, direkt geschossen von Kaiser. Und das ist auch der Pausenpfiff. Wir schauen uns noch die Wiederholung an. Und dann weit über das Tor. 0 zu 0 zur Pause zwischen dem AC Milan und Ajax Amsterdam im San Siro Stadion. Kaiser. Kaiser hat er gut gemacht. Aber Schnellinger, der Routinier. Noch einmal die Holländer durch. Ari Hahn. Hülshoff. Ein Kroll ist der Kroll. Ja, vielleicht mehr Druck jetzt retten. Ein abgefälschter Schuss. Und der Syrbier. Versuch eines Doppelpass-Spiels. Ein herrlicher Schuss jetzt. Und zwar wurde er abgeschaut. Schauen wir uns die Wiederholung an. Kaiser. Ja, und von der Jeremüren. Ja, und das war großes Glück jetzt für die Mainländer. Kaiser hätte nur noch vollstrecken müssen. Jedenfalls gefährlicher jetzt nach Seitenwechsel. Die Holländer. Kaiser. Das muss doch ein Tor sein. Nein, Vicky hat noch einmal die Hand richtig ausstrecken können. Hier die Wiederholung. Kaiser. Und der Jeremüren. Und der Jeremüren. Vicky. Repp. Guter Schuss von Repp. Und Kaiser. gedrängt die holländer haben das tempo erhöht haben den druck etwas erhöht abseits ja abseits von kia rutschi nicht nur kia rutschi war abseits auch ein schlechter italiener und weg die wiederholung und jetzt eine konter schaue kia rutschi mitten in die wiederholung plötzlich völlig freigestanden kia rutschi und 1 zu 0 ja das ist also ein resultat wie es dem spielverlauf nicht entspricht 66. minute 1 zu 0 für arte mailand durch kia rutschi sapatini rivera eine unaufmerksamkeit der holländer und kia rutschi hat wieder einmal ein entscheidendes tor geschossen ein tor allerdings das verkehrt proportional zu diesem spielverlauf ist bergamaschi für rivera dieses tor hat es natürlich auftritt gegeben hat die italiener vor einer drohenden niederlage bewahrt bewahrt sa happened kia rutschi bergamaschi Nun, es geht noch 11 Minuten, aber die Holländer werden Mühe haben, dieses Tor zu verkraften. Ein Tor, das sie unglücklich getroffen hat. Ein Top-Baltos für Ajax Amsterdam. Etwas den Spielverlauf. Krohl, noch 3 Minuten sind zu spielen. Schnellinger, jetzt ist natürlich beinahe jeder italienische Spiel, drehen sich jetzt auf diese letzte Chance, 2 Minuten vor Schluss. Kaiser, Zürbier. Aber nicht immer die richtige Unterstützung bei allen seinen Nebenspielern. Noch einmal jetzt Neske. Unerhört, was dieser Bursche für eine Kondition hat. Letzte Spielminute. Wir sind schon in der 91. Minute. Neskenz und Müller nebeneinander. Der hat geschossen, aber die Mauer ist zu früh nach vorne gegangen. Noch einmal die Wiederholung. Schauen Sie sich vielleicht Müller und Neskenz an. Die beiden haben den meisten Schmutz auf den Trikots. Das zeigt... Sie sind auch beide jetzt nebeneinander. Und Neskenz schießt. Und in den Schuss der Schlussspiel dieses Superpokalspiel. Der AC Mailand schlägt Ajax Amsterdam. Noch einmal Jerry Mühren. Noch einmal Hülshoff. Ja, und Wecki, das war ein Schuss von Ari Hahn. Und jetzt ist es der Schlussspiel. Jetzt ist das Sieg der Mailänder. Endgültig 1 zu 0 für den AC Mailand. Also durch ein Zorkia Rutschis über Ajax Amsterdam. Das Rückspiel am 16. Jänner in Amsterdam. Das Rückspiel am 16. Jänner in Amsterdam.